Leute, meine kleinen Meistern, so willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, und heute machen wir wieder Instagram entscheidet, welche zufälligen Maps ich spiele. Und ihr dürft natürlich wieder in die Kommentare schreiben, lieber iPhone oder lieber Android. Ist jetzt nichts Besseres eingefallen, deswegen schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid, Leute, wir müssen bis Ende dieses Jahres die 400.000 oder die 404.000 oder die 444.000 Abonnenten schaffen, Leute, die 350 haben wir schon geschafft. Und ich muss sagen, mit dabei ist der liebe Afifi. Füße Bubbele, Füße Bubbele, Füße Bubbele, Füße Bubbele. Spasti. Und natürlich ist mit dabei heute mal wieder der verschollene Bruder aus Istanbul, er war in einer Insel versteckt unter dem Boden. Steiko. Komm, eins gegen eins, sitze, tau, 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 der Mutter kommt rein und erwischt dich frei. Baum, baum, skrrr. Okay, ja, haltet ein Baum. Okay, Leute, ich muss sagen, mit den Leuten, die diesen Modus nicht kennen, kommt eine Erklärung und dann geht's schon los. Willkommen zu der Erklärung von, ihr bewertet, welche Maps ich spielen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu eigentlich noch sagen soll, weil ihr bewertet einfach, welche Maps ich spielen soll. Und, äh, ja, let's go. Es ist wieder so weit, wir müssen wieder Instagram entscheiden, was für Maps ich Spiele machen. Und zwar ist die erste Map Porino. Find the button versus Sky Zone Wars. Wählt ab und schreibt halt dein Mod. Okay, Freunde, ihr habt's auch direkt gesehen. Die erste Map ist, wir haben hier schon aufgemacht, und zwar Sky Zone Wars, Leute. Ich würde mal sagen, Jungs, seid ihr bereit, kommt rein. Ey, Jungs, ich bin übel scheiße in Zone Wars, ne? Ich würde's nochmal anmerken, Digga. Egal, wir machen drei Leben, Jungs. Und let's go direkt, Digga, direkt. Ohne viel reden, ein Kräftespiel, Digga. Alter. Okay, let's go. Und zwar ist es Sky Zone Wars, okay? Also... Ey, wie geht denn das? Du musst jetzt... Guck mal, wir sind in der Sky, in den Sky. Und die Zone kommt. Muss ich nach oben bauen, oder was? Vielleicht, du musst gewinnen. Ach, lol, wie krass. Ui, jo. Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Ich... Ich lieb dich, ne? Wo ist, wo ist, wo ist Lukas? Lukas ist noch in seiner Hütte, ey. Ne, ist er nicht. Discher? Ja, er ist hinter mir. Ey! Loll, er überlebt. Ihr wisst, das ist Zone Wars, hier wird sich abgebaut. Und ich hab Stefan abgebaut. Mein Gott. Let's go. Ey, Stev, bist du gestillt? Digga, ich punkte an mich. Stev? Wow, ich geh aus meiner Auge. Geh aus meiner Fuß. Der Mentor. Komm her, Junge! Nein, ich geh aus. Hol' ihn, Junge. Nein, nein. Okay, Stefan hab ich geholt. Ja. Nein. Digga, halt's Maul. Halt der Maul. Halt der Maul. Ich hab's noch geholt. Oh mein Gott, ich hab's... Oh mein Gott, oh mein Gott. Lukas, lass mich mit dir trinken. Lass mich mit dir trinken. Oh mein Gott, der ist gerade so spannend. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Weil ich der... Guck mal, wer. Wer nur abbauen kann, Digga. Digga, was ist der Abbauen? Guck mal, Digga, guck mal. Wer war's, hä? Wer war schneller? Guck mal, Digga. Ah, Lukas! Oh mein Gott, was ist das für ein Bandlein? Oh mein Gott. Okay, Leute, die erste Runde geht an Lukas. Das heißt, wenn Lukas jetzt nochmal gewinnt, hat er die Runde hier gewonnen, Alter. Dann würde ich mal sagen, let's go. Der wahre G, Digga. Was ist denn der wahre G? Du hast gewarnt, Stefan, mir Schaden zufügt und hast mich gewonnen, Alter. Junge, ich habe überhaupt es genommen. Halt deinen Maul, Alter. Komm, weiter. Zweite Runde. Okay, Leute, ich will mal sagen. Zweite Runde, let's go, Alter. Oh, Junge, sie werden uns schon wieder wegklatschen, ne? Ich sag's nur. Hör mal auf, abgestauben, Junge. Was soll das? Ich schwöre, er staubt ab. Er kommt nicht mal raus, Digga. Er kommt nicht mal raus, der Ekel. Wo ist Odo, Mann, der kleine Pico? Ich trage es dir nicht. Boom! Oh, ey, ich hab's einfach getraubt, ich, Alter. Nein, ey, hör doch auf. Oh, mein Gott, ich hab noch ein HP. Oh, mein Gott. Wer abbaut, ist unihren, Mann. Du kleiner. Stefan, baut ab. Alter. Nö, du hast mich nicht hops genommen. Oh, mein Gott, Digga. Okay, Leute, wir müssen Lukas hops nehmen, Leute. Let's go. Let's go! Alter, wie hoch seid ihr? Wieso sprückst du runter, du Bob? Hä? Ich hab Angst vor dir. Wir sind im Moment. Nein! Mann, Leute, das ist doch unfassbar. Das ist voll kacke, diese Sky-War-Zone-Schwarz. Digga, ich hab einfach nur das Übelste, Baba-Aim. Übelste Scheiße, ey. Wo ist Stefan, Digga? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Alter, Leute. Okay, wenn jetzt Lukas diese Runde hier gewinnt, hat er den ersten Punkt, Leute, in der ersten Map. Bin mal gespannt. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Lukas hier am Bauen. BAM! Oh! Ich hab' hier gewinnt! Wuhu, Baby! Oh, mein Gott, okay, Leute. Dann hat's Dolph auch jetzt eine Runde gewonnen. Wollen wir mal sagen, kommen wir zur dritten Runde. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, es geht direkt los. Wir haben alle ein... Also wir spielen eine Runde und der Gewinner hat natürlich dann... Hä, warum nur eine? Ja, weil wir dann einen Punkt haben, Digga. Oh, mein Gott. Let's go. Direkt Punkt, direkt eine Runde. Keine Chance, gar nichts. Deswegen, wir müssen... Ey, was? Nein! Ey, ich komm gerade raus, der ist weiblich. Oh, mein Gott. Okay, okay, wo ist der? Gott, ey, Mann. Sorry, ich schicke Face-Clamp-Bewerbung, Digga. Wo bist du? Er ist da, Digga. Boah, war das knapp, Digga. Komm, Digga, komm, Digga. Was ist los, Digga? Lukas! Was ist los? Geh weg, Junge! Ey! Ey, das ist unfair. Komm runter da. Ey! Ich bin an Falschhaden gestorben! Oh, mein Gott, Leute. So ein Müll, Alter. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir kommen jetzt zur zweiten Map. Wir sind zur zweiten Map. Free for all oder ein Dropper. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, die zweite Map ist dann ein Dropper. Wir machen hier 5-Level-Dropper, ja? Wer hat die erste Runde gerade gewonnen? Die erste Runde hast du gewonnen, du kleiner. Ich würde aber sagen, Jungs, wir machen hier, wir versuchen hier, 2-3 Level zu machen. Aber ich weiß nicht, wie schwer das ist. Hier, rules don't cheat. If you cheat, you're gay. And if you caught you. Und wenn du den Code ohne mal P.G. nicht einwürdigst, dann wirst du entführt. Okay, ich gehe einfach hier runter, Digga. Äh. Okay, ich weiß, wo der Reifen ist, Leute. Let's go! Also, wenn ihr cheatet, ne? Ihr seid gay, gay. Okay, ich habe gerade gesehen, wie Stefan noch cheated ist. Ich habe den Reifen. Hast du nicht? Halt dein Maul. Halt dein Maul. Jetzt schon? Ich habe geteatet. Ey! Stefan ist... Ne. Nein. Na, ey. Ich cheat jetzt auch. Ne. Ich cheat jetzt. Nein, hallo. Ich cheat jetzt. Guck mal, das Ding ist, man muss cheaten, Digga. Ja, Mann. Ne, muss man nicht. Ich war doch ohne. Ne, muss man echt nicht. Lukas hat recht, Leute. Muss man echt nicht, Alter. Let's go! Okay, Freunde. Stefan, sein Sprung zählt nicht. Boom! Ich habe geschafft. Nein. Okay. Lukas hat dieses Level geschafft. Aber jetzt muss ich das auch mal schaffen. Komm, lass go. Scheiß. Der Front, Alter. Äh, Dropper. Ey! Mein Bein bleibt immer stecken, Digga. Schön weiter. Ey, das ist so un... Ja, ja, wir machen weiter. Komm, komm, komm. Ich spring doch. Ich spring doch. Alles gut. Ihr... Das ist nicht euer Ernst, ihr Pisser. Oh mein Gott, das Ding ist gegen meinen Stirnacken gekommen. Ihr seid solche Pisser. Ne, Leute, ich habe es schon geschafft. Pech. Ich habe es geschafft. Okay, komm, wir gehen weg. Nein, ja, pisst euch, Digga. Wir sind weg, wir sind weg, Digga. Ja, ihr seid weg, Digga. Ey, was du machst, Digga, wenn du jetzt verkackst, Digga, dann wäre echt traurig. Okay, Leute, wir haben das erste Level geschafft. Ich muss mal sagen, kommen wir zum zweiten Level. Äh, zum zweiten Level. Äh, zum zweiten Level. Ich habe es verkackt, ich habe verkackt. Hört doch mal auf, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Wenn ich jetzt den Dropper nochmal neu mache, was rastet ich aus? Äh, he, 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 komm, wir schieben, stecken mal auf. Wie lange aufkommt. Oh mein Gott, okay, das ist echt ein Kackdropper, Alter, Leute. Ich weiß nicht, was ich mir ausgeladen habe, Alter. Okay, wir haben es geschafft. So, dann müssen wir erstmal hier, dann links, dann rechts und dann geradeaus. Okay, let's go. Sind alle da? Wie wir sagen, auf die... Ja. Ready? Go. Ich glaube, man sieht einfach nichts, ne? Ja, wie? Go, Digga. Ja, wie? Hää? Hä? Hää? Wobei... Was? Warte mal, warte mal. Wo muss man da jetzt hinspringen, Digga? Ja, ich weiß es jetzt. Pass auf. Wo, wo? Ne. Hä, man sieht da auch nichts, Bruder. Ja, das ist ja der Sinn von dem Dropper. Ja, sollen wir einfach irgendwo hinspringen oder was? Ne, man, an gewissen Stellen kommt man durch. Ich hab die Stelle schon gefunden. Ich laber nicht. Hast du echt? Wo? Wo? Ja, da hinten halt. Zwei Stunden später. Ich glaub, ich weiß nicht. Wo, 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 wo? Der ist hier runter, Digga. Ich hab's gesehen. Warte, ich probier's jetzt. Ich probier's jetzt. Oh mein Gott. Ich weiß wo. Digga, er macht Drop-Off. Da ist immer ein Wasser. Er hat ne Feuer, Digga. Er denkt, er ist Avatar. Luftbändiger, Alter. Mit Eis, Feuer, Wasser. Hey, äh, Lukas? Hä? 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 Freunde, ich hab echt keine Ahnung, wo das Ding jetzt ist, Digga. Egal, komm auf korrekt. Wir sagen, die Map haben wir alle gewonnen. Ja, die Map haben wir alle gewonnen, Leute. Ich würd mal sagen, wir gehen aber zurück zum Zettel. Ja. Freunde, die dritte Map wäre dann ein Hide and Seek oder ein Prop Hunt. Deswegen wähl da und ich muss zum Vorschein halt da mobben. Okay, Freunde. Und ich würd mal sagen, wir kommen zum Map Nummer 3. Und gewonnen hat Hide and Seek Adam. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Also würd ich mal sagen, Jungs, let's go rein da. Und ich würd mal sagen, da ich der Coolste bin und mich hier gerade aufgekratzt hab, äh, such ich und ihr könnt, äh, euch verstecken, Digga. Oder mal anders. Nein, wir machen uns mal anders. Ich versteck mich. Wer sucht? Äh, ich kann suchen, Digga. Äh, Seeker, wir sind Hide. Komm. Stefan, komm, Digga. Komm. Komm, Seiko, Digga. Komm. Komm. Zehn Sekunden lang Zeit. Okay. Eins, zwei, drei, 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 dreieinhalb, drei. Okay, Stefan, ruhig verstecken. Weiß nicht, weiß nicht. Warte, lass mal, äh, lass mal nach. Du hast gesagt, dass die Map riesig ist, Digga. Ja, gut. Äh, warte mal. Oh, das geht? Ja, aber man sieht das. Egal, egal, komm. Oder, oh, mein Gott. Komm, Zoom. Okay, komm, wir ziehen durch. Aber man sieht meine Dinge. Egal, egal, egal. Bleib einfach so. Die Map ist eh riesig, der wird uns nicht finden. Okay, Lukas, du kannst, komm. Jetzt schon. Du hast Verbände, nimm Verbände in die Hand, Stefan. Oh, stimmt, ja. Okay. Du kannst kaufen, Lukas. Und ich würde Stefan zugleich verstecken, Digga. Du wirst uns niemals finden, Digga. Ey, lol, ich hab so... Ich kann nur ganz langsam gehen, damit ihr euch länger verstecken könnt. Echt? Lol, ich muss erst durch so einen Gang durch. Okay. Bübel gut gemacht. Let's go, Digga. Hat der Maul. Übelst geil, dass wir uns draußen versteckt haben. Übelst geil, dass wir uns... Ja, Mann. Junge, wie weit muss ich in Gang gehen? Eine Ewigkeit später. Ich join jetzt rein und bin in der Map. Oh, ich seh dich. Ich seh dich. Warte mal. Ey, lol, überall. Ey, nur da oben bei dem Haus, wo du grad hinwollst. Stefan geht da wieder in dein Versteckzeug. Bin ich, bin ich? Ah! Darfst du schießen, Lukas. Jetzt kommt doch mal hoch. Jetzt kommt doch mal hoch. Jetzt kommt doch mal hoch. Nee, ich geh nicht hoch. Wir sind oben. Wirklich. Du wirst es mir. Äh... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, weil ich runtergefallen bin. Ey! Da zeig dich. Wo bist du? Wo bist du mit dem Grubbler? Wo ist er denn? Oh, wie schlecht hier unten ist. Nein! Nein! Eis um! Er hat mich gefunden, Digga. Weißt du, wo ich war, Lukas? Weißt du, wo ich war? Geh mal die Treppen hoch. Geh mal die Treppen hoch. Guck mal, links von dem Schild, von dem hier. Guck, da. Genau dahinter stand ich. Der Bursch. Nee, 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 nee. Zurück, 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 zurück. Ja. Da, an der Treppe rechts. Hier, rechts, rechts. Da. Ja, bisschen weiter rechts. Du. Genau, da stand ich. Ja. Warte mal, Stefan war auch hier. Ja, Stefan ist irgendwo... Ich hör dich, ja. Oh, Digga. Ich hör dich klatschen, Digga. Let's go! Ey, das Versteck ist zum Killer. Ich sag dir, auf jeden Fall, da ist, wo du bist, warm. Ha, 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 ha. Stargum. Du, 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 du. Aber du wirst den niemals finden, Digga. Braucht gar nicht reingehen, ne? Vom Ding her. Denn da, wo du hingehst, ist kalt. Ja. Hier ist ultra heiß. Hier brennt's, Digga. Ich brenne, aah. Digga, hier brennt's, Lukas. Es brennt so krass, hier. Es brennt unnormal, Digga. Könnt ihr schon Marshmallows hier... Äh, zu, zu brennen, gell? Genau. Hä, da ist keiner. Ha, Lukas, du hast so dumm, Digga. Digga, es kocht dir. Digga, es kocht dir. Das ist einfach so krass. Er sagt, äh, dann ist das einfach falsch. Ist es auch nicht. Stefan, wie ist die Temperatur bei dir gerade so? Boah, ultra heiß, Digga. So Feuerzeug am Finger. Renn weg, renn weg, Stefan, nein. Oh mein Gott, okay, Leute, dann will ich was sagen. Lukas hat dir zwei Punkte geholt bei den Maps. Keine Ahnung, wie wir das aufgeteilt haben. Lukas, du hast einfach gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, fühl dich, geh Handküsst. Krieg ich einen Preis, oder? Nein, kriegst du nicht. Und ich weiß nicht, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es so ein Like und Daumen hoch, checkt euch auf jeden Fall mein Video, abonniert mich auf jeden Fall mein Instagram-Abo, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video. Ciao!